Ich grüße dich aufs Herzlichste. Heute geht es in meinem Beitrag um ein afrikanisches Zauberwort, das heißt Ubuntu. Ich bin, weil wir sind. Das Wort Ubuntu kommt aus der afrikanischen Sprachkultur und bedeutet eine Reihe von menschlichen Werten wie Mitgefühl, Achtsamkeit, Menschlichkeit, Nächstenliebe, Solidarität, Selbstlosigkeit, Vergebung, gemeinsame Verantwortung sowie die Erfahrung und das Bewusstsein, dass man selbst Teil eines Ganzen ist. Diese Philosophie der Menschlichkeit wurde durch den früheren Präsidenten Nelson Mandela repräsentiert. Ich bin letztens auf eine kleine Geschichte aufmerksam geworden, die Ubuntu aus Sicht von Kindern wunderbar erzählt. Diese möchte ich euch weitergeben. Ein europäischer Forscher bot hungrigen Kindern eines afrikanischen Stammes ein Spiel an. Er stellte einen Korb mit süßen Früchten an einen Baum und sagte ihnen, wer zuerst dort sei, gewinne alles Obst. Als er ihnen das Startsignal gab, nahmen sie sich gegenseitig an den Händen, liefen gemeinsam los, setzten sich dann zusammen hin und genossen die Leckereien. Als er sie fragte, weshalb sie alle zusammengelaufen sind, wodurch jeder die Chance hatte, die Früchte für sich selbst zu gewinnen, sagten sie, Ubuntu, wie kann einer von uns froh sein, wenn all die anderen traurig sind? Ubuntu heißt in ihrer Kultur, ich bin, weil wir sind. Der Verfasser dieser Geschichte ist unbekannt. Erstmals wurde die Erzählung im Jahre 2006 auf einem Friedensfestival in Südbrasilien weitergegeben. Ob diese Geschichte nun der Wahrheit entspricht oder nicht, ist im Endeffekt nicht wichtig. Das, was letztendlich zählt, ist die wunderschöne Philosophie dahinter. Die afrikanische Grundhaltung der puren Lebensfreude. Die Kunst des Menschsehens spiegelt sich in diesem afrikanischen Zauberwort, ich bin, weil wir sind. Das symbolisiert die guten Beziehungen zwischen den Menschen, zwischen Mensch und Gott, zwischen den Menschen und ihren Ahnen, sowie zwischen den Menschen und den Tieren und Pflanzen. Ubuntu ist das Geschenk, das Menschen einander geben können, wenn sie den anderen lieben wie sich selbst. Mit dieser Lebensphilosophie nach dem Streben einer friedlichen Gesellschaft, Respekt und Anerkennung wünsche ich euch alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank!